Unter Vitalion schloss ich meine Ausbildung ab und erhielt sein Versprechen. In der 14. konnte ich mehr als genug Blut vergießen. Britannien. Diese stinkende Jauchegrube am Rande des Reichs, die Heimat der Bastarde, die meine Familie ermordeten und den Aufstand anführten, der sogar die Straßen Roms erreichte. Meine Versetzung in die 14. führte uns auf diese Insel, wo ich an ihnen Rache nehmen und den Aufstand niederschlagen würde. Oh yeah. Oh yeah. Ich bin hier näher und bereit machen für die Landung. Fester Boden und warmes Essen erwarten uns. Männer, ankommen und vorbereiten! Centurion! Die Ketten heben sich! Und reinfahren und stopieren! Die Flotte wird des Mögens hier! Oh oh! Die Flotte wird der Zenturion! Los die Ketten! Los die Ketten! Der Toll! 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 mir leid so unsere gesamte flotte zerstört genau deswegen immer die beine in die hand einmal glaube aber hier ist aber hier schönes ok cool 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 wir sind hier jetzt gerade lang aber wir sind hier unten lang lang okay so da sitzt ja aber echt willkommen aber ja 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 im Territorium. Wie gefällt euch das? Oh, jetzt tut er was. Machen wir. Nice. Jawohl. Kettenturm, Kettenturm, Kettenturm. Äh, hier. Ihr Dreckschweine. Attacke. Und jetzt? Ah. Okay. Ah. Nee, habt ihr nicht drauf, oder was? Äh, warte mal. Mit A kann man sie abwehren. Okay. Ha. Ha. Sie prallen nur an die Abo. Oh, der nicht. Die Abo nicht. Aber die. Boom. Jawollo. Ja. Genau. Jau. Marius. Hast du nicht erwartet? Hä? Und deinem eigenen Kettenturm der Schmetter? Ha. 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 Auf geht's. Aua. Den hast du frei. Oh, komm mal. Oh, komm mal. Does pitcher sagen wir. Superverteam. Zah. Jawollo. So. weiter nach überlebenden ich kümmere mich um sie alle verwalder wir kommen da noch ich will genau ja wir werden unsere flotte ist zerstört das ufer ist ein feindes hand Unsere Männer sterben im Wasser. Wir müssen uns zurückziehen. Oh nein, Centurio. Ziehen wir uns zurück, haben wir einen Sammelkopf. Dafür werden wir böse. Haben wir nicht gerechnet? Vorteil ist gar nicht gut. Sie stand gut. Wartet, bis ich den Befehl gebe. Halt her. Jawoll. Komm, warm. Komm, warm. Was heißt dir römisch abschauen? Ich habe einen römischen Namen. Markus ist römisch. Ja, Flo, servus. Ja, ne, ein richtiger Schatz, genau. Bei allen Dingen Release-Titel. Damals von der Xbox One. Also Launch-Titel. Ja. Jawoll. I, ein Flo. So, äh. 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 Ah. Capture the Flag. Ist da jetzt der Saruman drin? Los, Verlierung. Männer, Schildkröte. Röpstum, Schildröpstum. Röpstum. Auflösen, Männer, Auflösen. Jetzt zerstören wir diesen Turm, Männer. Auflösen, Männer, Auflösen. Röpstum. Alles klar, Flo, dir noch einen schönen Tag. Ihr da, hebt das Gegengewicht an. Ich gehe nach oben und löse die Kettensperre. Und gestern war auch wieder so geil. Es hat so Spaß gemacht. So. Blockier die Kette. Schau mir, wie du dein willst. Ich erwische. Leg den Hegel hoch. Na, stirbst du, Lila. Das ist Geschwisterliebe. Hoch mit dem Gegengewicht. Ich gehe nach oben. Ich gehe nach oben. Let's be talked. Ich gehe nach oben. Das ist großartig. Sehr schönes. Boom! 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 Jawohl! Yes! Oh, wo kommt denn der? Wie ging der her? Hey, hey, Vicky! Hey, Vicky, hey! So, das war's mit Vicky? Und jetzt? Lasch du die Gribbel weg von der Kette! So, vergiss dich und aufstirb! Ihr Leibverluste! Verallt dich da drinnen! Jawohl, du! Aua! Und genau, ist er die Kette, hier, der kommt mal dran! Jawohl! Das ist ein professioneller Luftröhre, den wir jetzt hier gemacht haben. Eignet sich aber nicht unbedingt für zuhause nachzumachen. Jawohl! Jawohl! So, next one. Alter, was hier? Es gibt aber echt viel, äh... Erfolge, ne? Das ist echt krass bei dem Spiel. Ja... Gegenwicht in Position! Los! Gras! So! Uh! Danke, 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 Autogramme gibt es später, danke, 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 thank you. Achtung Männer, ein mutiger Mann, durchlebt den Tod, einmal, Feiglinge, immer wieder, jetzt haben wir das Blut, dieser Babar vergossen, wir wissen jetzt, dass sie bluten wie wir. Bereit! Jawohl! Und los! Robert! Ja! Ja! Ja!